Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, ich bin wieder back. Endlich wieder Krypto-Videos. Ich war letzte Woche komplett flach gelegen, deswegen habe ich es nicht geschafft, irgendwelche Videos zu drehen. Ich habe mir gedacht, okay, ich gönne mir jetzt einfach mal eine Pause. Jetzt aber wieder voll am Start, auch mit täglichen Update-Videos. Und man muss ehrlicherweise sagen, es hat sich gar nicht so viel getan bei Bitcoin, nachdem wir letzte Woche hier so um den Dreh waren. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, hier bei 64.400 US-Dollar, genau da sind wir jetzt auch wieder. Letzte Woche gab es so einen Pump auf 66.400 US-Dollar, aber auch nichts weltbewegendes. Das war so ungefähr die Range, wo wir gesagt haben, okay, wir holen uns diesen Wig hier oben noch bei knapp 66.000 US-Dollar. Wir sind jetzt hier hoch sogar gekommen bis auf diese 4-Stunden-Supply-Zone. Den Pivot R1 haben wir nicht ganz geholt bei 66.700 US-Dollar. Also wirklich viel ist nicht passiert seit letzter Woche. Aber es war eine ruhige Woche, auch wenn man sagen muss, die Altcoins haben endlich mal ein bisschen zugelegt. Wir werden uns das auf jeden Fall im heutigen Update-Video alles mal genauer angucken. Wir werden auf Bitcoin, Ethereum und den Rest, wie immer natürlich, schauen wir kurz auf die Bitcoin-Dominance. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr das Ganze nachtraden könnt, mich gleichzeitig noch unterstützt und euch auch Spot eindecken könnt mit Altcoins, kann ich euch noch mal eine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 64.400 US-Dollar. Wenig Veränderungen, wie gesagt, zu letzter Woche. Ganz im Gegenteil, wir haben eine Bearish-Divergence weiterhin vorliegen im 4-Stunden-Time-Frame. Beziehungsweise spielt diese langsam aber sicher aus mit steigendem Verkaufsvolumen. Wundert jetzt aber auch nicht wirklich so, was so die letzte Woche passiert ist. Wie gesagt, wir haben einen steigenden Aufwärtstrend gehabt mit sinkendem Handelsvolumen. Ist meistens nicht gut, dann gleichzeitig noch mit den Divergenzen und sowas. Kein wirklich klares, gutes Zeichen dazu. Die Bitcoin-Dominance aber interessanterweise auch deutlich, in Anführungszeichen deutlich, 1,3% nach unten hingefallen. Das hat man auch vor allem bei den Altcoins gemerkt, die deutlich zugelegt haben. Teilweise 30-40%, mal so ein kleines Lebenszeichen. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, ich traue dem Ganzen noch nicht so über den Weg. Also für mich ist das Ganze immer noch, September war jetzt relativ bullisch, muss man ehrlicherweise dazu sagen, es gab jetzt keinen Crash. Oktober, jeder schreit, okay, wir haben jetzt bald US-Wahlen, wir kriegen einen Abtober, wir kriegen durch die Zinssenkung, die es jetzt gab, einen massiven Pump. Ich glaube da noch nicht wirklich dran. Also ich bin immer noch so ein bisschen Sicherheitsseite und gehe immer noch so mit der größten Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir immer noch in Richtung 48.000 bis 44.000 US-Dollar zurückfallen können. Also das bleibt bei mir weiterhin so. Das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht abschreiben. Wir haben nach oben hin, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, immer noch unseren Downtrend erst einmal intakt. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben jetzt erstmal dieses Hoch hier drüben bei 64.100 US-Dollar erst einmal gebrochen. Das heißt, wir haben diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier seit ein paar Wochen bzw. Monaten haben, jetzt erstmal hier zwischenzeitlich nach oben hin durchbrochen. Auch auf Weekly-Sicht können wir uns das gerne mal angucken, da sehen wir das auch. Weekly-Close über dem letzten vom, jetzt müssen wir mal gucken, von Ende August. Positives Zeichen erst einmal, aber trotzdem. Interessanter wird es dann glaube ich erst, wenn wir den Monthly-Close uns dann angucken. Und der könnte nochmal für Aufsehen sorgen. Vor allem jetzt heute, letzter Tag im September, sollten wir hier nur die Liquidität abgegriffen haben. Und danach sieht es momentan zumindest aus. Also wir müssen mindestens jetzt mal ein Monthly-Close über 64.600 US-Dollar kriegen. Kriegen wir den? Bullisches Zeichen. Erstmal Abwärtstrend gestoppt, nicht nur auf Daily und Weekly, sondern auch auf Monthly. Sollten wir drunter schließen, bestätigt das nur nochmal meine Meinung. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir nochmal Richtung 48.000 bzw. 44.000 US-Dollar fallen. Trade-technisch werde ich mich auch danach dann wahrscheinlich eher anschließen, dass ich versuche hier noch irgendwie eine Short Order zu kriegen. Hier wahrscheinlich bei 66.700 US-Dollar. Da liegt eine Menge Liquidität. Jetzt Stop-Loss-technisch muss man hier aber sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir hier drüben, ihr seht es hier, noch eine größere Ineffizienz bei 69.300 US-Dollar haben auf dem 4-Stunden-Chart. Das würde dann auch bedeuten, Trade-technisch, Stop-Loss-mäßig wären das schon 4,5%. Also das muss man sich dann ganz genau überlegen. Mir wäre es ganz ehrlich lieber, wir pumpen hier komplett blöd nach oben durch und dann kriegen wir erst hier oben so ungefähr unseren Short Entry bei 69.000 US-Dollar. Anstatt dann hier so ein bisschen rumzudümpeln, weil dann ist das Risiko mit 4,8% sehr, sehr hoch. Soviel erstmal zu Bitcoin. Wie gesagt, erstmal Seitenlinie, vor allem jetzt Montag, letzter Tag im Monat. Ich hoffe, dass morgen erst eine Bewegung kommt, die dann für uns ein bisschen einfacher sein wird zu traden. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Eigentlich auch gar nichts. Also die ganze letzte Woche war eher davon geprägt, dass die Altcoins sich mal ein bisschen mehr bewegen. Das ist, dass jeder auf YouTube schreibt, es gibt einen großartigen Uptober. Warten wir es einfach mal ab. Aber gut, aber hier hat sich ehrlich gesagt auch nichts getan. Wir haben auch hier noch unsere Bearish Divergence, die hat sich noch ein bisschen weiter aufgestaut. Wir kriegen hier gerade eine leichte Korrektur. Wir haben unser Hoch hier auch nicht durchbrechen können. Ganz ehrlich, auch hier noch so ein Week auf 4 Stunden Basis. Das heißt, auch Ethereum weiterhin ehrlich gesagt nicht wirklich bullisch unterwegs. Gleicher Chat wie bei Bitcoin. Wir können uns jetzt auch die ganzen Altcoins angucken, die jetzt ein bisschen gepumpt sind oder Potenzial haben. Bringt aber auch nichts, weil wenn ich von der Korrektur ausgehe, glaube ich, dass die Altcoins auch nochmal 30, 40 Prozent nach unten hin brechen werden. Trotzdem lohnt es sich, manche Altcoins, wie gesagt, immer noch ein bisschen anzugucken. Guckt euch hier auf dem Zweitkanal an, die ganzen Analysen oder auch hier auf dem Kanal. Alles, was wir uns angeguckt haben, gerne nochmal angucken. Ansonsten, Altcoins Season wird früher oder später kommen, aber jetzt gerade rede ich davon mal noch nicht. Ja, dann gehen wir rüber zum DAX. Da müssen wir jetzt die Woche, die letzte Woche ein bisschen negativ Revue passieren lassen, weil wir hier ehrlicherweise unseren Stop-Loss getriggert wurde. Es heißt aber trotzdem noch, dass unsere Long-Position läuft. Das ist die Long-Position, die wir hier unten, glaube ich, bei 18.700 eröffnet haben. Irgendwie so. Muss ich gerade selber nochmal überlegen. Aber die läuft noch. Short-Position sind es alle zu. Die nächste, die ich geplant habe, werde ich wahrscheinlich aber auch erst dann im neuen Monat dann planen. Wir haben jetzt nach oben hin nur noch die Pivots, die uns ein bisschen Anhaltspunkte geben können. Beziehungsweise auch noch die alten FIP-Level. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, wo wir jetzt schon beim 1.618er sind, bei 19.470 Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns die 19.580 noch holen werden, Pivot R1. Aber da, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal auf morgen warten, wie der morgige Handelstag ist, wie auch vor allem jetzt Bitcoin schließt die Woche. Und dann werden wir uns das weiter angucken. Ansonsten Gold. Auch hier wurde unser Short ausgestoppt, minimal um 1 Dollar. Leider. Scheiße. Aber gut, ist so. Muss man auch dazu stehen. Die Long-Position läuft weiterhin. Die bleibt auch erstmal offen. Short-Position ist erstmal hier nicht geplant, außer wir kriegen einen massiven Crash. Man muss hier dazu sagen, auf Daily-Sicht keinerlei Divergenz. Müssen wir jetzt mal warten, was die nächsten Tage kommt. Auf 4-Stunden-Basis sieht es schon mal ein bisschen anders aus. Da haben wir massive bearish Divergenzen. Trotzdem Gold momentan, trotz Zinssenkung immer noch sehr, sehr bullisch unterwegs. Was mich wundert. Ehrlicherweise. Aber gut, auch hier gilt es jetzt erstmal etwas abzuwarten. Ansonsten, Euro gegenüber US-Dollar hat sich eigentlich auch perfekt verhalten. Nachdem wir hier die ganze Zeit hin und her getriggert worden sind in unserer Range. Die Range hält auch weiterhin, muss man ehrlicherweise sagen. Und Short-Trade-technisch bin ich hier auch immer noch auf der Lauer. Muss mir nur noch überlegen, wo wir hier genau jetzt einen Entry setzen. Ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, Best-Case wäre hier oben die 1.12. Die hat er jetzt zweimal getriggert. Ich hoffe, dass wir hier im Laufe des Tages nochmal hinkommen. Weil wie gesagt, letzte Woche war ich krank. Ich war kaum am Chart irgendwie oder hatte irgendwie Zeit und Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber das ist jetzt erstmal so grob die nächste Range, wo ich sagen würde, okay, da können wir uns erstmal trade-technisch hier nochmal einen vereinleiben. Nochmal einen Short-Trade reinzugehen. Ansonsten, der letzte Short-Trade, Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Wir haben hier noch die Long-Positionen offen. Das heißt, wir haben immer noch drei, vier Positionen hier im Markt offen. Wir können überall nochmal Hedge-Trades aufmachen, ohne Wenn und Aber. Aber ansonsten, ja, kurz und knackiges Update. Ab morgen, ja, verrate ich morgen. Morgen wird es dann eine kleine Überraschung geben, beziehungsweise vielleicht checkt es auch schon mal früher jemand. Aber da werde ich dann morgen nochmal irgendwie was dazu sagen. Vielleicht auch nur in der Telegram-Gruppe. Ansonsten geht es jetzt, wie gesagt, wieder täglich los mit Videos, mit Analysen bei CryptoGuru. Ich werde mir jetzt vielleicht auch mal wieder ein, zwei Altcoins rauspicken. Aber jetzt so alles nach und nach. Ich will jetzt nicht gleich wieder hier komplett übertreiben, um mir gleich wieder einen Rückschlag reinzusetzen. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wir hören uns auf jeden Fall dann morgen wieder. Ansonsten später kommt noch eine Analyse bei CryptoGuru. Und dann war es das von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.